Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hatten über die Ostertage hier ein Seminar mit John Degel und es ging über Attitude in the Kingdom, also es geht um die Haltung im Königreich und ich möchte dich wirklich ermutigen, das ganze Seminar von Anfang bis Ende zu schauen. Das ist so essentiell und so zeitgemäß und so wunderbar für diese Zeit, dass wir einfach der Meinung sind, wir wollen, dass wir es weiter bewerben und dass du es vielleicht einfach auch an die Leute weiterleitest, die du denkst, die das hören sollten. Und dann gib uns auch gerne ein Feedback, schreib unten rein, was du davon hältst und vielleicht bist du nächstes Mal auch beim Seminar dabei. Ich wünsche dir alles Gute und wenn noch nicht die Ostertage sind, dass du schöne Ostertage hast und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss. So, guten Abend. So einfach. Schön, dass ihr da seid. Ein paar haben geschrieben, sie kommen tatsächlich erst morgen, weil am Freitag das wahrscheinlich nicht geht oder Kraftfahrt oder was weiß ich, aber schön, dass ihr da seid. Es ist eine kleine Gruppe, aber wir nehmen ja wieder alles auf, damit wir diese wunderbare Botschaft rausbringen können. Das ist hier Eileen und das ist ihr Ehemann und der heißt John. Achso, du sollst es übersetzen. Und, you want to go as well there? Oh mein Gott. Ja, ja. Okay. Genau, also das sind Eileen und John. Die kommen aus Amerika und sind gestern eingeflogen. Fredi hat sie vom Flughafen abgeholt aus Amsterdam. Und sie sind für mich wie so, ja, Eltern geworden. Ich habe so viel, ich lerne so viel von denen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf verschiedene Arten, Art und Weise. Und, ähm, was mir so gefällt ist, auch wenn du schon über 80 bist, dass du einfach bereit bist, das, was du bekommen hast, weiterzugeben. Ja. Ja. Weil sie könnten zu Hause auf dem Sofa sitzen und schön in Rente sein. Und ihr Leben genießen. Und, äh, doch sind sie bereit, in uns rein zu gießen. To pour in. Ja. Und, ähm, wenn ich hier vorne übersetze, dann ist es genau so, dass ich auch dazu lerne. Ähm, letztes Mal, als wir mit Dan hier waren, habe ich so viele Sachen dazu gelernt, dass ich gesagt habe, wow, das habe ich noch nicht gehört. Das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Und ich kann euch ein Geheimnis sagen. Ich schaue auf die, die bereit sind zu lernen. Weil das sind die, mit denen wir laufen können, mit denen wir bauen können. Aber die, die schon alles wissen, die brauchen die Hilfe nicht, ne? Versteht ihr? So, das heißt, wir alle sind im Prozess und wir sind auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir, der Grund dieser Zusammenkunft ist, dass wir gemeinsam lernen, auf diesem Weg zu laufen. Ja? Und, ähm, wir wollen einfach annehmen, was Gott in ihnen reingegeben hat. Und ich bin so gespannt auf das, was kommt. Ja? Und es werden Punkte sein, wo ihr sagt, nee, das sehe ich anders. Egal. Ist nicht schlimm. Ja? Es kann sein, dass du schon weiter bist. Oder noch nicht, noch nicht so weit bist. Oder es einfach anders siehst. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir alles prüfen und das Gute mitnehmen. Okay. That's it. John. Okay. Well, thank you for being here. Danke, dass ihr hier seid. Yeah. You could have been in different places today, I'm sure. Ihr könntet definitiv heute woanders sein. Es ist ja ein Urlaubstag oder ein Freierstag. But you decided to come here. Aber ihr habt entschieden, hier hinzukommen. So, uh, we thank the Lord for that. Ja, wir danken Gott für das. Und wir danken dir, dass du hier bist. So, okay. I'm gonna ask you to stand up for a moment. Würde euch einfach bitten, steht noch kurz auf. I want you to find, uh, two or three people. Just two or three. And I want you to pray for one another. Betet einmal kurz füreinander. That they would receive whatever the Lord wants to have them to receive from this. Und dass ihr einmal einfach nur füreinander betet, dass sie das bekommen, was sie erwarten. Okay. Two or three the most. Two or three. Also zwei oder drei. Okay. I'll give you two minutes to do this. Find somebody quickly. Zwei Minuten. Pray over them. Bless them. You got it? You got it? Betet für sie. Segnet sie. Okay. Look at them in the eye. Pray over them. Come on. Schaut, schaut ihr in die Augen. This is training. This is a training center. Das ist hier, das ist hier ein Training center. So, come on, find somebody. Findet jemand, findet jemand. Now you, you can orchestrate this. Ja. So. Okay. When you're finished, you can sit down. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch hinsetzen. Okay. Okay. Also ich verstehe, das ist hier ein Training center. Amen. Amen. So, wir sind nicht jetzt nur hier hingekommen, um irgendwie nur irgendwas im Verstand zu verstehen. Wir wollen lernen mit unserem Herzen zu verstehen. Und wir wollen annehmen, was der Herr für uns hat. Okay. Lass es in uns wirken. So, dass es von uns aus rausgehen kann. Amen. Okay. So, dieses Wochenende sprechen wir darüber, über Haltung gegenüber dem Königreich oder für das Königreich. So, wenn wir dieses Wort hören, Verhalten oder Haltung, wie würdet ihr das definieren, dieses Wort? Was ist eine Haltung, ein Benehmen? Respekt. All right. Gib mir eine Definition hierfür. Wenn ich irgendjemandem über Verhalten etwas sage, was denkt ihr dann darüber? Einstellung. Ja, ein Attitude. Okay. Okay, was ist eine Attitude? Was ist eine Einstellung? Wie mein Herz ist. Okay. All right. Okay. Go ahead. I'm asking you. Give me some feedback. Yeah. I'm thinking about Attitudes being in some kind of, you're talking more about higher society. I'm trying to make it very simple. The connection to it. Okay. Do I respect with this guy? I respect the one another. Yeah. English? Attitudes to one another. How to relate to one another, you said, right? Or how to deal with the other person. I would say, do I make everything right? Höflichkeit. Hilf mir. Keines? Fast. Those are types of attitudes. Okay. Okay. We're speaking in different languages here. Also, the fact is, we're speaking in different languages here. I'm speaking in English. I'm speaking in English. You're speaking in Deutsch. And I'm speaking in Dutch. Okay? It's not the same language. Okay? So, it takes communications here. Okay? So, you can speak the same language and still not always have understanding. Manchmal können wir sogar die gleiche Sprache sprechen und trotzdem noch nicht das gleiche Verständnis dafür zu haben. Right? So, when we use this word attitude, Und wenn wir dieses Wort nehmen, verhalten, We're speaking about the way we think. Wir sprechen darüber, wie wir denken. Die Art und Weise, wie wir denken. It's our mindset. Ihr wisst ja alle das Wort mindset, ja? Das heißt, es hat was mit unserem mindset zu tun. Mindset? You use this word mindset? Kennen wir das Wort mindset? Ne? Wer kennt das? Ja, es ist eine Einstellung. Also, die Art, wie wir eingestellt sind für etwas. Das bedeutet Mindset. Okay? Because attitude is in the heart, but it's in the mind. Also, das Verhalten ist in unserem Herzen, aber es ist auch in unserem Verstand. It's not just an emotion. Also, es ist nicht nur eine Emotion. But emotions affect our attitude. Aber Emotionen haben einen Einfluss auf unser Benehmen und Verhalten. Verstehen wir? Ja? 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 Mario, wo ist Cedric? Ist er irgendwo hier? Cedric? Wo ist Cedric? Ist er in der dritte? Okay. Also, Cedric, der Kleine von Maren und Freddy. Ihr schaut diesen kleinen an. Und dann schaut ihr sein Benehmen. Und nur wenn du da hinschaust, dann weißt du schon ungefähr, ihr Benehmen und ihr Verhalten. Du siehst es in ihr Gesicht, in ihre Emotionen, und was sie dann auch tun, ihre Aktionen. Richtig? So, Verhalten beeinflusst diese ganzen Sachen. Und wenn wir jetzt über Verhalten, Verhaltensmuster, über das Königreich Gottes sprechen, So, wenn wir über das Königreich Gottes sprechen, dann fragen wir Gott, wie will er, dass wir über ihn, über diese Sachen denken? Schauen wir uns mal Philippa, Kapitel 2 an, in eurer Bibel. Vers 5. Somebody read the verse. Und Vers 5. Philippa 2, Vers 5. Wer es hat, sagt mal kurz Bescheid. Ich gebe euch kurz das Mikro. Könnt ihr es einmal kurz lesen? Bitteschön. Oh, there it is on the screen. Okay. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da steht. Aber in der englischen Bibel, da steht drin, lasst diesem Verstand den Sinn Christi in euch sein. Ist das so ähnlich? In anderen Worten, lasst das gleiche Verhalten, das Jesus hatte, auch in euch sein. Okay. Und das Wort Gottes in der Bibel sagt, wir haben sogar den Sinn Christi. Und so darf ich oder muss ich seinen Verstand, seinen Sinn in mich operieren lassen. In mir, mich, mich. Also wenn ich mir und mich mal vertausche, vergib mir. Das ist ein Prozess. Schau mal euer eigenes Leben an. Seitdem ihr zu Christus gekommen seid, hat euer Benehmen, euer Verhalten sich geändert? Vielleicht kürzlich. Dan war hier letzte Woche. Einige von euch waren da. Und es kann sogar sein, dass durch das letzte Wochenende sogar euer Denken ein bisschen sich verändert hat. Dass Gott vielleicht eure Augen hier und da geöffnet hat für irgendetwas. Irgendjemand? Irgendjemand? Oh. Könnt ihr etwas mit uns sharen? Was passiert? Was sehen wir jetzt ein bisschen anders? Oder anders? Traut sich jemand? Ihr müsst nur ins Mikro sprechen, damit ihr das auch hören könnt und ich das übersetzen kann. Just pass the mic real quick for me. Please, go ahead. Irgendjemand? Er möchte ein bisschen Rückmeldung haben. You choose. I choose. Yeah, you choose. This is a training class. Sprechen wir mal ein bisschen, ich werde es übersetzen. Sie lachen, das ist schon. Ja, ja, ich weiß. Ein bisschen näher. Ach so, ein bisschen näher. Also erstens, dass ich langsam beginne zu verstehen, dass das Evangelium was Leichtes ist. Und dass er wirklich alles getragen hat. Und dass ich es mir wirklich nur abholen brauche. Dass ich es mir nur abholen brauche. Genau, und ja, eigentlich auch noch vieles andere. Aber auch mal noch eine Frage dazu. Ist es dann erlaubt? Was heißt erlaubt? Aber wenn man auch wieder dann in alte Muster zurückfällt? What is it if you fall back into all Muster? Pattern, patterns. Habits. Habits, patterns. Und was ich so unglaublich finde, ist eigentlich, er hat uns alle Sünde vergeben, die waren, die sind und die sein werden. So what was so amazing to me, that he has forgiven all of sins, past, present and future. Und das ist, das kann ich nicht ergreifen, das ist einfach so gewaltig. Es ist so big for me, I can't catch it yet. Okay. Und ich möchte jetzt einfach lernen, auch hier, gerade hier am Training Center, das alles zu verstehen und auch diesen Weg zu gehen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle hier seid und herkommt und ich hier lernen darf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass alle, dass ihr alle hier seid und dass ich lernen darf. Great. Okay. Fassit. Danke. Sie können es sofort hinbekommen. Danke. Ja. Ja, ich war letztes Wochenende das erste Mal zum Training. Last weekend I was the first time I was here in training. Und ich fand das sehr interessant, weil ich dann den alten Bund noch kannte. Dass der neue Bund ja viel einfacher ist und auch befreiender. Dass der neue Bund ja viel einfacher ist und auch befreiender. Ich habe die Tage sehr viel gehört. Ich habe ein Beispiel, ich war gestern tanken und da habe ich rausgezogen und da hätte ich ums Auto gehen müssen. Okay, so here's a small example. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich parke mein Auto um. Und ich dachte, nein, ich werde in einem anderen Ort einsteigen wollen. Und wenn ich in mein Auto gehe, habe ich gehört, nein, du musst nicht parken. Ich guckte dann auf die Zaftsäune und sah, dass man nur per Karte bezahlen kann und ich habe nur Bargeld. Und da habe ich gesagt, danke Vater, und bin dann zum Hauskreis hier nach Engel gefahren. Und heute war ich noch bei einer Freundin erst, bevor ich hierher kam. Und damit ich nicht aus dem Dachgeschoss zweimal gehen muss, habe ich das erste mit runtergenommen. Aber mir wurde gesagt, nimm deinen Autoschlüssel mit. Und da habe ich gesagt, für was? Bin runter zum Auto gegangen. Ich stand vor, wollte das ja ins Auto packen, was ich in der Hand hatte. Und vor, was musste ich machen? Hoch gehen, Schlüssel holen. Und das Interessante ist, ja, sag mal. Und das Interessante ist, vorletzten Wochenende hatte ich das immer so empfunden. Du hast nicht gehört, du hast jetzt gesündigt, jetzt musst du wieder sagen, Vater, entschuldigen wir. Aber diesmal war kein schlechtes Gewissen, sondern ich bin hochgegangen. Ich habe auch gedacht, hä? So, this is what she summarized. And the conclusion is that in the past, she heard the same thing, but then had a huge bad feeling and this condemnation. that I didn't listen to the Lord and I sinned. And now it's like, no, the condemnation is gone. I mean, I just left my key, that's it. Da kam in den Sinn, wie Dan sagte, unsere Sünden sind einmal vergeben worden und ich brauche nicht wieder jetzt in die Vergangenheit zurückgehen. So, what Dan told us, it came into my mind at this point, all the sins are forgiven, I don't have to go back again and to get my sin, you know, to get, that it will be forgiven again. Okay. Somebody else? Ja, also, für mich war es eine lehrreiche Sache letztes Wochenende, weil ich immer gedacht habe, na, okay, man muss ja Leistung bringen dann auch, man eine Gegenleistung bringen und ja, das ist ja automatisch so, ne, gerade, okay. So, for me, this was very rich last weekend because I always thought I had to do something. and, but now I realized, yeah, to do something, to get something, but I realized, no, it's not like that. It's already received. Und was, worüber ich danach gedacht habe, wenn jetzt wir sagen, okay, Jesus, wir wollen ja was für dich tun, die Frage stand dann irgendwann jetzt im Raum, Moment mal, will Jesus das überhaupt? Du lädst ihn dazu ein, dass du etwas für ihn tun willst und er soll dabei sein. So, I had this question, sometimes I'm like, I want to do something for Jesus. Yeah. But now this question came, does he really want me to do this? Ja, und jetzt eben halt, die umgekehrte Sache ist natürlich, wo er dann sagt, Moment mal, halt erst mal still, ich werde dich da schon gebrauchen eben halt, ne, und meine Frau hat dann immer gesagt, nun bleib mal ruhig, mach erst mal. Und das ist ja das Schlimmste, vielleicht auch nicht nur für Männer, ne, ich weiß es halt nicht, aber... My wife keeps on saying, just calm down, stay still. And so I come to realize, maybe this is what we have, what we need to do. Ja, und dann eben halt zu sagen, okay, und dann, dass Jesus eben halt sagt, pass mal auf, hier kann ich dich gebrauchen und du tust das, was ich dir sage. Ja, und we wait for him to tell us what to do and how to do it, and that he invites us and we don't invite him. Ja, das steckt scheinbar im Blut. It's like deep in our blood. Ja, well, thank you. Somebody else? Ach jemand? Traust du dich? Anybody? Ja, dass wir eben nicht mehr so auf unsere Fehler schauen. So that we don't keep on looking at our mistakes. So auf unseren alten Menschen. To our old, old man that is dead. Dass er eben tot ist. And that he's dead. He's dead. Ja, und dass ich Christus in mir anschaue. That I look to Christ who is in me. And that I look at a new creation and that I see myself as God sees myself. Ja, und das ist ja auch schön. And that is amazing. Amen. Amen. Du noch was sagen? Ja. Ja, wir sind nicht Gott, denn wir sind nicht vollkommen. Wir sind ja so zum Teil vollkommen, aber wir sind nicht ganz vollkommen. Denn er hat ja, er ist ja der Vollkommene der Vollkommene. Und somit bin ich doch immer von Gott abhängig. Aha. He talks about that we are independent from God. Aha. You know? Separate. That we are not separate, that we need him. Aha. Okay, dependent. Dependent. We are dependent. Dependent. Yes, it's so funny. Not independent, but dependent. And he's saying that not independent, but dependent on him. Okay. Yes. God is everything. Amen. Wir sagen Dank auch für diese Zeit, für dieses Seminar von heute bis Sonntag. Ja, we say thank you for this Seminar from starting today till Sunday. Und ich bin in Erwartung, dass ich da mehr und mehr aufbaue zu den letzten Wochenenden. Und ich habe in Erwartung, I have an expectation to receive that we are last time and that this will continue. Okay. Dankeschön. 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 Ja, was mich nur beschäftigt hat, worüber ich immer noch nachdenke. I'm still thinking of this. Als wiedergeborener Christ. Als ein newborn. Es gibt ja diesen, ich glaube, Römer 38, dass nichts sich trennen kann von der Liebe Gottes. Man sagt aber, dass die Sünde einen trennen kann von Gott. Aber ist es nicht doch vielleicht der eigene Glaube oder die Reife oder die Erkenntnis, die dich dann trennt? But he says that sometimes we hear that sin can separate us, but I'm asking myself, is it more maybe our own beliefs that can separate us? You know, and what was else? Ja, also die Erkenntnis. And the knowledge. Oder gibt es also wirklich nichts? Is there really nothing that can separate us? That's his question. Und dass es nicht dumm ist oder zu stolz ist zu sagen, in den Spiegel zu gucken, wie sehr Gott einen liebt oder so, weil umso mehr man von Gott geliebt ist, umso mehr man das weiß, umso mehr kann man auch die Liebe weitergeben. The more we know that we are loved, the more we can love. It's like looking in the mirror and telling us. All right. Okay. Du wolltest es sein. Also, um. Do it in English. I'll do it in German. Oh, yeah. Do it in English. Bravo. Wait, 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 wait. Okay. I realized that it's not about our own faith and our own love towards people. Ich habe erkannt, dass es nicht nur unser eigener Glaube ist oder unsere eigene Liebe zu anderen Menschen. But that it is Jesus' love, Jesus' love in us. Because he is in us, it is Jesus' love and Jesus' faith. Und dann habe ich verstanden, es ist die Liebe Jesu, die in uns ist und auch sein Glaube. Also es ist nicht unser Glaube, nicht unsere Liebe, sondern seine Liebe und sein Glaube. So even if there is a person I don't like. Und auch wenn da ein Mensch ist, den ich nicht liebe, nicht ausstehen kann. It's not that it's my fault and I have like this condemnation, but it's like an emotion. So es ist nicht meine Schuld dann und das sind, dass ich diesen Menschen nicht ausstehen kann, sondern es ist einfach eine Emotion. And Jesus still loves this person. Und Jesus liebt diesen Menschen doch, aber durch mich. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Very good. So was sagen? Okay. Noch jemand? Mach es kurz. Wo Monika gerade von der Vergangenheit sagte, da fiel mir das Bild an wie Dan und sagte, was können wir erreichen, wenn wir immer rückwärts gehen? Und wir sollen noch vorwärts gehen. Was kann ich, wenn ich mein Licht nach da habe, was kann ich dann vorwärts erreichen? Das fand ich sehr interessant. She talked about the example that Dan had, that he said, if you want to reach something, why would you go like this and try to go backwards? Yeah, go backwards. Yeah. All right. All right. Schauen wir uns mal Römer 12 an, Vers 2. Freddy will bring this on the screen. Römer 12, Vers 2. This is a verse that you want to be very familiar with. Okay? Diesen Vers sollen wir uns wirklich sehr gut merken. Okay? Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Okay, so in der englischen Bibel heißt es, wir sollen uns nicht, wir sollen halt das weltliche System nicht gleich sein. Aber dass es transformiert ist oder verändert ist durch die Erneuerung unserer Sinne, seiner Sinne, unserer Sinne. Kennen wir diesen Vers, also sind wir damit, kennen wir diese Lehre, kennen wir dieses Prinzip der Transformation, Metamorphos, kennen wir diese Lehre? Oder was heißt Lehre, aber diese... Es ist ein Prozess, aber es hat auch wirklich damit zu tun, wie wir denken und unser Benehmen. Unser Verhalten ist beeinflusst worden über das, was wir glauben. Manchmal ist es tatsächlich wichtig, das mal zu verändern oder zu überschauen und dann zu verändern, was wir wirklich glauben. Ich habe einige von euch darüber sprechen hören. Wenn Gott die Augen öffnet und euch irgendwas zeigt, was man vorher noch nicht gesehen hat, verändert das, was wir glauben. Und wie wir glauben, hat einen Einfluss darauf, wie unser Verhalten dann ist. Du hast zum Beispiel gesagt, immer etwas, wir müssen irgendwas machen. Das ist zum Beispiel eine Illustration oder ein Bild, was ich sehr oft gebrauche. Du weißt, wie Gott die Erde geschaffen hat, die Bibel spricht darüber. Wir haben den ersten Tag in 1. Mose, wo die Welt geschaffen wurde. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünf, sechs und sieben. Was hat Gott am siebten Tag gemacht? Er hat geruht. Warum hat er sich ausgeruht? War er müde? Nein. Es war fertig. Okay? Am siebten Tag. Im alten Bund. Schaut mal. Wann war der Sabbat am alten Bund? Wann war der Sabbat? Zweiter? Dritter? Vierter? Der Sabbat war am siebten Tag. Amen? Amen. Im alten Bund gab es keine Arbeit am siebten Tag. Morgen ist der Sabbat. Das praktizieren viele noch. Wir arbeiten die ganze Woche. Aber Samstag haben wir frei. Halleluja. Das ist tatsächlich, wie wir heute auch noch zum Teil denken. Oder? Am Sonntag Da steht geschrieben, Jesus war am ersten Tag auferstanden. Den ersten Tag in der Woche. Und nicht am siebten Tag. Glaubt mir, also wissen wir das, dass Jesus war nicht am siebten Tag auferstanden. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Jesus wurde am ersten Tag. Jesus wurde am ersten Tag auferstanden. Jesus wurde am ersten Tag auferstanden. Amen? Das sagt eure Bibel. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Er war er. Also nach dem dritten Tag, aber steht geschrieben, am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Und das hat genau damit zu tun, was ihr gerade gesagt habt. Weil am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Im neuen Bund Er ist am ersten Tag auferstanden. Im alten Bund Wir arbeiten Und dann ruhen wir uns aus. Im alten Bund Im neuen Bund Da gibt es keine Arbeit. Jesus hat das Werk vollbracht. Wir müssen anfangen Wir fangen an mit dem Platz in der Ruhe. Können wir den Unterschied sehen? Im neuen Bund Weil er hat das Werk vollbracht Wir beginnen da, wo der Ort der Ruhe ist. Die Bibel sagt Wenn er auferstanden ist Sind wir mit ihm auferstanden. Amen? Wenn er gesandt wurde Wir sind mit ihm gegangen. Als er zur Rechten des Vaters sich hinsaß Wir sind mit ihm dahin versetzt worden. Im neuen Bund Das erste, was man im neuen Bund lernt, ist erstmal sitzen lernen. Nicht arbeiten. Erst wenn ihr gelernt habt, in Jesus zu sitzen Erst danach fange ich an aufzustehen Dann lerne ich zu stehen in Jesus Und dann lerne ich mit ihm zu gehen Die Ordnung hat sich komplett geändert Im neuen Bund Können wir sehen? Sehen wir den Unterschied? Es ist ganz wichtig, dass wir das hier verstehen Für den neuen Bund steht es im Wort Dass wir in seine Ruhe einkehren So die ersten Verhalten Oder das erste Benehmen Das erste Attitude Was wir haben sollen Im Königreich ist Er hat das gemacht Er hat es vollbracht Und ich nehme das an Und gehe in sein Werk rein Und das gibt mir ein Herz von Dankbarkeit Das ist ein ganz, ganz wichtiges Verhalten Das wir haben, diese Dankbarkeit Oder wir können Danksagung sagen Das ist wirklich ein Verhalten Das ist ein ganz, ganz wichtiges Verhalten Im Reich Gottes Ich bin einfach sehr dankbar Weil er hat alles vollbracht Und ich nehme es an Können wir sagen, danke Jesus? Danke Jesus? Amen? Danke Jesus? Danke Jesus? So Sehen wir dieses Beispiel? Sehen wir auch den Unterschied hier? So Sei vorsichtig, dass wir nicht zurückgehen In diese alten Verhaltensmuster Weil die alten Verhaltensmuster werden uns wieder versuchen Zurückzubringen, dass wir was tun müssen So dass ich endlich was von Gott wieder empfangen kann Ja, ihr habt das schön gesprochen Alles gut Sie fragten, ob wir alles wieder zurückgehen können Ich sagte, dass sie gesprochen waren Ich weiß nicht, willst du das ganze Mal wieder zurückgehen? Summarieren? Ich bin nicht sicher, dass ich die Frage verstehe Wie, würdest du das wieder zurückbekommen? Oh, zummerieren? Jemand von euch möchte das einmal Was habt ihr gerade gehört? Wer möchte das hier einmal zusammenfassen? Ganz kurze Zusammenfassung Zum Punkt Ja Oder da Ich habe dein Beispiel genommen Okay, versuch mal ganz kurz das zusammenzufassen Zusammenfassung wäre eigentlich Im alten Bund wurde erst gearbeitet Hat Gott erst etwas gewirkt, geschaffen In the old covenant God was working and we had to work Und dann hat er geruht Und dann he was resting Im neuen Bund aber In the new covenant Ist es ja vollbracht durch Jesus Und wir ruhen erst in ihm und lernen Und gehen dann arbeiten Mit ihm We lernen Und dann starten wir mit ihm Ja Ja Aha Got it? Okay Okay Das ist eine sehr gute Frage Gut Gut Gute Frage Gut Gute Frage Guten Fangen Frage, ja Ja, da geht es John ist learning Sehen wir den Unterschied Aber das ist hier ein Verhalten So, wir sehen, dass was wir glauben über Jesus Hat einen Einfluss darauf, wie wir uns benehmen werden Als wir diesen Vers in Römer 12 genommen haben Okay Unser Verstand muss erneuert werden Durch die Erneuerung unserer Sinne So, das was ich glaube Das wird einen Einfluss haben auf das, was ich denke Amen Und es ist wichtig, dass wir den gleichen Sinn haben, den Jesus hat So, einiger einer deiner Gebete Sollte sein, danke Jesus Danke, Herr, dass ich deinen Sinn habe Danke, Heiliger Geist Ich habe deine Gedanken Ich habe sie Du veränderst mich Dass ich so denke, wie du Amen Amen Lasst es ein persönliches Gebet in deinem Leben werden Okay, so this is I'm giving you just one example of an attitude here Ich habe euch jetzt nur ein Beispiel gegeben von einem Verhalten An attitude of thanksgiving In ein Verhalten dankbar zu sein Letztes Wochenende hat Dan über Neuen Bund gesprochen Wenn du diese Offenbarung über den Neuen Bund hast Wenn du siehst, dass Jesus das Werk vollbracht hat Und wir nehmen es an Amen Amen Das ist durch Glauben Unser Sohnschaft ist uns gegeben worden So haben wir einfach dieses Verhalten, dieses Benehmen dankbar zu sein Es ist ein Verhalten, es ist ein Benehmen, das wir automatisch dadurch haben Das ist nur ein Beispiel Genau da Während dieses Wochenende werden wir über unterschiedliche Arten von Verhalten sprechen Let's look at Matthew chapter 20, Freddy Verses 25-28 Matthew chapter 20 Matthew chapter 20 25-28 Okay There you go Okay Was hören wir von diesen Versen jetzt? Was sagt Jesus uns hier? Was ist das Verhalten hier? Das ist das Verhalten eines Dieners Aber es gibt unterschiedliche Arten von Dienern Hier müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein Es gibt unterschiedliche Arten von Dienern Also Attitudes Unterschiedliches Benehmen und Verhalten von Dienern Zum Beispiel Es gibt so viele Diener, die haben so ein ganz So ein sehr geringes Selbstbewusstsein Ich bin nichts wert Ich bin es gar nicht wert Das ist nicht das Bild Das ist nicht das Bild, was Christus uns gegeben hat Er gibt uns hier ein Beispiel, wie die Welt das sieht Weil es steht da geschrieben In der Welt Die Menschen wollen Autorität haben Sie wollen über andere sein Das ist wie die Welt operiert Oder funktioniert Aber er sagt dann, das soll hier nicht so mit euch sein Er sagt, so ist Gottes Königreich nicht Und haben wir gesehen, er sagt hier in dieser Verse Die englische Bibel sagt Wenn du groß sein willst im Königreich Es ist auch in Ordnung Aber es muss das Herz des Dieners haben Sehen wir diesen Unterschied hier Und wie das miteinander verbunden ist Dieses Konzept von Großsein, Größe Hat damit zu tun, ein Diener zu sein Es hat nichts damit zu tun, um irgendeine Position zu sein mit Kraft So ungefähr, ich möchte der Boss sein und ich möchte der Herrscher sein Es hat nichts mit Position zu tun Mit Kraft, Position Es hat eigentlich nur damit zu tun, dass wir unterstützen So Jesus sagte Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden Ich bin gekommen, um zu dienen Das ist ein Diener Und wieder Das ist, warum ich euch dieses erste Beispiel hier gegeben habe Weil wir können dienen Aber manchmal dienen wir gar nicht aus der richtigen Motivation heraus Wir müssen etwas tun Weil wir haben dieses alte, alter Bund Gedankenmuster Wir müssen etwas tun Und das ist, warum es so wichtig ist, erstmal die Offenbarung zu haben Das Werk ist vollbracht Er hat es gemacht Und ich kann in seine Ruhe einkehren Und ich bekomme von ihm Und ich bekomme von ihm Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir anfangen, mit diesem Mit diesem Herzenseinstellung Danke zu sagen Dankbar zu sein Ich versuche nicht, irgendwas von Gott zu bekommen Ich habe schon bekommen, und zwar umsonst Und aus dieser Dankbarkeit heraus Diene ich Sehen wir den Unterschied? Ich hoffe, ihr tut es Okay Okay Okay, lasst uns mal kurz darüber sprechen, ein Diener zu sein Also, dass die Natur eines Menschenherzes Das menschliche Herz ist automatisch so Oder die Natur des Herzens ist Er möchte seinen eigenen Weg gehen, machen Es geht immer darum, sich selber zu promovieren Also, dass man selber größer wird Seid ihr am Einverstand? Wir gehen zur Schule Also, wir werden uns beigebracht, wie wir so ein bisschen selbst We are taught in school Wie wir uns selber ein bisschen erheben können Also, immer stelle ich zuerst bist du dran Und dann andere Also, an erster Stelle Also, wir leben eigentlich in einem Weltsystem, das genau umgekehrt zum Königreich ist Das ist, wie das System funktioniert Aber wir sind gerufen worden, um Licht zu sein in der Dunkelheit Wir sind gerufen worden, um Salz zu sein Das ist, wie wir leben sollen Also, wenn wir zu Jesus kommen Er gibt uns ein neues Herz Er gibt uns einen neuen Sinn Und dann lernen wir, seine Gedanken zu haben Und unser Gedankenmuster, unser System der Gedanken Wir müssen lernen, darin so zu denken, wie er denkt Die Bibel ermutigt uns, dass wir so gehen, wie Jesus gegangen ist Dass wir nicht so sind wie die Welt Er sagte, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um gedient zu werden So, ich weiß, das ist hier ein Trainingscenter Ja, ich weiß, das ist hier ein Trainingscenter Okay Das erste, was ihr lernen wollt oder solltet, ist, ein guter Diener zu sein Sucht nicht Position Sucht Wege zu dienen Aber es muss aus dem richtigen Herzen kommen Aus dem richtigen Motiv sein Bei der richtigen Motivation Und das ist, warum ich sage es Wir müssen immer an dieser Position anfangen In dem Ort der Ruhe Okay What are you thinking of? Warum? Huh? Für Danke für die Nutrition Oh Halleluja Mein husband ist in der Kitschern Oh And she's resting Oh, she's resting Okay, good example Das ist ein gutes Beispiel So, she's giving thanks for that, huh? Ja, du sagst Danke dafür, ja? Bist dankbar dafür Amen Anatoli's in the kitchen Ja, ja Yeah That's good Okay Joy, joy Freude Okay Okay, so Let me ask you a question Okay Ich möchte euch eine Frage stellen Was habt ihr bis jetzt gehört? Was habt ihr so mitgenommen jetzt? Was wir jetzt gerade so erzählt haben? Was hast du gehört für dein Leben? Irgendwas? Just quick comments So, ganz schnell ein paar Kommentare Also Es ist voll brach It is finished Wir müssen es nur annehmen We only have to take it Und das Erste, was wir machen Ist es zu lernen The first thing we do is learn To sit Um zu sitzen Und Dass wir Dass wir Dass wir danach streben sollen Ein Herz eines Dieners zu haben Und Dass wir uns nicht tiefer schätzen Aber Dass wir uns nicht tiefer schätzen Aber dass wir nicht Go to this position of Unworthy Unworthy Unworthiness, right? Ja, genau Erstmal Okay Okay For now Anybody else? Noch jemand? Alles gesagt She said everything Anything else? Irgendjemand noch? A servant heart Servant heart I'm in Okay And the right motivation Motivation Die richtige Motivation Okay Good Alright Okay Und der Mann aber in der Nacht Oh Und aus der Dankbarkeit heraus Sagt ihr Out of Thanksgiving That's right Very important Sehr wichtig That's right Sag einfach mal Ich versuche mal Ich habe eine Frage dazu I have a question Wie lange Sollen wir uns Zeit Gehen Bis wir Ruhen Und dann Los Aber wenn man Neu ist Dann ist man ja voller Power Okay Ich sage mal einmal Damit alles verstanden haben First I say it in German And then in English Also wie lange Die Frage ist Wie lange Muss ich mir Ruhe geben Bis ich loslegen kann Weil ich ja Wenn ich am Anfang Habe ich ja viel Kraft So the question is How long do I have to sit To start running Because when you start now It's like you feel full of power Ich So How long How long was Paul sitting Years Oh Yeah Great question Great Great example Gutes Beispiel Yeah Go ahead Fact is We are already In the In the place Of rest And then on the first day That's okay Again When She says Sie sagt Das ist eine ständige Haltung It is like a A Continuous Attitude That we should have Mmhmm Not this morning Nicht heute morgen Von 8 bis 9 Not this morning From 8 bis 9 Yeah It's a constant Yeah Anybody else Have a comment If we don't do it Out of our Out of rest We do it Out of ourselves Yeah She says Until we are filled With his love Bis wir erfüllt sind Mit seiner Liebe Hier die Antwort I don't think the question Is One One answer Question Ich glaube Diese Frage Gibt es keine Eine Antwort Es gibt Mehr Antwort Was ich höre Von ihr fragen Was sie gefragt hat Ist wie lange Muss ich denn sitzen Und das hat ja wieder Was mit Zeit zu tun Ich weiß nicht Was ihr gehört habt Aber vielleicht Habe ich das richtig Verstanden Ja Also hier möchte ich Einfach nur kurz erwähnen Manchmal ist es so Wir hören Sachen Aber wir hören alle Was unterschiedlich ist So Was ich jetzt gerade gehört habe War Zeit Wie lange War das die Frage Ja Vielleicht so Ja Okay So Ich denke Ich kann dir eine Zeit Chronologisch Also normalerweise Kann ich dir sogar Eine Zeit geben Aber Ja Weil das ist eine Offenbarung Die zu uns kommt Ja Aber du musst diese Offenbarung haben Das ist was sie Wollte Ja Aber diese Offenbarung Muss sich aus uns herauskommen In unserem Leben Und deswegen sagt Paulus Arbeitet heraus eure Erlösung Das ist damit gemeint Amen Ich habe es Ja Okay Die Bibel sagt In Johannes 1 Ich habe versucht die Versen Da steht irgendwo Jesus ist das Wort Als 1. John Ah John Okay Das Wort Das Wort Er war das Wort Und das Wort wurde Fleisch Und er ging unter uns Okay Also das Wort Wurde Fleisch Vers 14 ist das So Wichtig ist, dass wir diese Offenbarung Erstmal in uns haben Vers 14 Ja Das Wort wurde Fleisch Ja So diese Offenbarung Auch hier mit dem Stuhl Und das alles muss Quasi Fleisch werden Das heißt nur Das heißt so viel Dass wir anfangen Es auszuleben Das bedeutet Fleisch werden Also Diese Haltung Das bedeutet Ich fange an das hier auszuleben Es ist nicht nur eine Art von denken Wie ich jetzt denke Sondern wie ich damit lebe Und wie ich wirklich das auslebe Und das ist ein Prozess Meine Haltung Mein Denken Und jetzt mein Benehmen Und wie ich lebe Und wie lange dauert sowas Ich kann sowas gar nicht beantworten Es gibt keine Es ist nicht wirklich Zeit Aber wenn wir über Zeit nachdenken Und dann ist das für einige länger Und für die andere kürzer Weil das So wie der Geist in uns wirkt Er verändert uns Okay Ich bin nicht sicher Ich habe deine Frage Eileen Ja Kann ich dir die Mic Ja So das ist Eileen Sie möchte was dazu sagen Also wenn es da steht Wir fangen von dem Ort der Ruhe an Das vieles hat damit zu tun Was motiviert uns Und was bewegt uns Dass wir weitergehen wollen Und diese Zeit In der wir hier vielleicht sitzen Hat eigentlich nichts mit Zeit zu tun Also die meisten Die meisten die ihr Leben Jesus geben Sie fangen natürlich sofort an Sie möchten gerne laufen Wegen dieser Kraft Von der du gesprochen hast Ja und dann gibt es natürlich diese Wie sie sagt Vielleicht auch leider Pastoren und so Die die Leute dann gleich nehmen Und in Positionen begeben Damit sie gleich arbeiten sollen Und wenn jemand Ich denke Ich denke Du kannst ein Servant-Heart Sie? Er hat Oh er hat Ja Oh okay Ja Ich mache das auch Ja Also Eileen sagt Zu dir Ich glaube du hast ein Herz Das dienen möchte Weil ich habe das auch Weil ich mache Sachen Ich habe eine Gabe zu dienen Das ist quasi eine Gabe Die man hat zu dienen Aber was John hier nicht sagt Ist nicht Sitz dich hin und mach gar nichts Weil dann würden Wahrscheinlich die meisten Sitzen und nichts machen Und das ist nicht Wofür wir berufen sind Ja und manchmal müssen wir aber lernen Einfach mal aufzuhören Und das zulassen Dass er das Werk in uns tun kann In unser Herzen Und manchmal ist es tatsächlich so Dass es schon wichtig ist Einfach mal zu sitzen Unter dem Wort Und einfach Zeit Mit dem Papa haben Und lass ihm Die Heilung bringen Und lass ihm an unsere Verhaltensmuster Zu arbeiten Und Und Manchmal Wollen wir Anfangen zu arbeiten Aus Liebe heraus Ich arbeite nicht um Irgendjemand Zu gefallen Ich arbeite nicht um Ein Leiter zu beeindrucken Oder zu gefallen Ich arbeite nicht um Ich arbeite nicht um Ich arbeite auch nicht um Damit ich selber Irgendwie Befriedigt bin Aber unsere Motivation ist Tatsächlich aus der Liebe heraus Damit das was Gott geplant hat Für euch Dass sie darin wandeln können Und wir wollen einfach nur Unseren Teil da tun Und Und Noch Vielleicht eine Sache Für die von uns Die wir arbeiten wollen Die wir es lieben Zu arbeiten Oder zu dienen Dann sind wir manchmal Plötzlich In diesem Ehrenamt Wo wir alles tun wollen Und machen wollen Aber was passiert ist Wir machen alles Wir Bevor wir Andere Menschen Ausbekommen In ihrer Giften Sehr oft ist Das Problem dann ist Dass wir so viele Sachen machen Dass wir den anderen Die Sachen machen Wo andere begabt sind Und ihre Aufgaben Und übernehmen die auch noch Sie können sich nicht entwickeln Also was wir nicht sagen ist Geh setz dich hin in deinen Sitz Und mach gar nichts Wir Wir Bieten Unseren Dienst an Mit Weisheit Wir Bieten Unseren Dienst an Wir Und Wir Bieten Unseren Dienst an Weil wir Unseren Vater Gefallen wollen Aber es ist Definitiv nicht Um etwas zu empfangen Für uns selbst Also, was ich eigentlich sagen wollte, wir können hier keine Zeit stoppen. Gott arbeitet in uns unterschiedlich. Einer braucht länger, ich brauche zum Beispiel länger. Ja, einfach nur das Wichtigste ist hier, dass wir erkennen, dass wir einfach genug Zeit mit dem Vater haben. Danke. Willst du etwas sagen? Danke. Bist du gut? Bist du gut? Okay? Ja, okay. Ja? Okay. All right, danke, Alain. Danke. Danke. Oh, bravo. English class. Das ist hier eine English-Klasse. Oh, ich möchte gerne Englisch reden. I want to read, I want to learn English, sure. Ich habe mal eine andere Frage. Also, es wird immer auch von Offenbarung geredet. Wir müssen eine Offenbarung von Gott bekommen, damit wir seine Liebe erfahren und damit wir diese Liebe auch weitergeben können. Okay. What I hear a lot, even with last week, is always, we have to receive a revelation. We have to get a revelation. A revelation, a revelation. Ja, weil bei mir laufen eben auch nicht so die Dinge, so wie sie sein sollten und ich warte auf Offenbarung von Gott. Because in my life, things are not working as it should be, so I'm waiting for these revelations. Oh, people identify with this. Go ahead. Und ich habe Dan diese Frage gestellt. And I asked Dan this question. Ali beschäftigt mich. Because it really, it's my heart. Und er sagte, beschäftige ich mehr mit Jesus. And he said, his answer was, put your position and your eyes more just up on Jesus. Learn of him. And learn who he is. Also, das wird so sein, aber gibt es auch noch andere Punkte? I know it's going to be like that, but is there another way? A faster way? Oh. Is there a faster way, she's asking? Ja, ich bin einfach. I'm just asking. Does God use microwaves? Is that what she asking? Er sagt, fragst du eigentlich, ob Gott auch Mikrowellen nutzt? Ich habe eigentlich gelehrt eine Zeit lang, Gott kocht nicht mit Mikrowellen. Er kocht mit einem ganz langsamen Herd. You know, that's all. That's all. How do I answer this now? Wie sage ich das jetzt? The, that, these are individual principles for life. That's an individual. That's an individual. That's an individual. For example. Some Beispiel. Salvation. Erlösung. Is individual. We are saved one-on-one with Jesus. What do you mean by one-on-one? Not because of my parents or my grandparents. Sorry. Ah, yeah, okay, now I get it. Now you got it? Ja, es ist also eins zu eins mit Jesus bedeutet nicht durch unsere Großeltern oder durch unsere Eltern sind wir erlöst worden, sondern direkt mit Jesus. Wir, ich mit Jesus. Ja? Danke? Ja. Is that true? Got you, Sam? Salvation between you and God. Verstehen wir das? Also nur du und Gott, nicht durch deine Eltern und Gott. Wir kommen nicht zu Gott, weil, durch meinen Vater oder meine Mutter oder Großmutter. Es ist individuell. Wir sind wiedergeboren individuell. Gott. So we enter the kingdom. So we, wir gehen ins Königreich. As one. Als einer. Okay? At the end of my life. Am Ende meines Lebens. Hopefully not soon. Ich hoffe nicht, nicht schnell. How old did you say I was? You said. I said over 80. No. I'll be 75 this year. No, come on. No. You sure? Yeah, this year. I'll be 75. Okay, 70. Really? Yes, I'll be 75. Is that true? Okay, also 75. Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Anyway, so at the end of my life. Am Ende meines Lebens. In the future. In der Zukunft. I will stand before God alone by myself. Ich werde vor Gott komplett alleine stehen. Verstehen wir das? Got it? So at the beginning. So, wenn er anfängt. I stand. I come to Jesus. Ich komme zu Jesus. At the end of my life. Am Ende meines Lebens. I stand in front of Jesus. Ich stehe vor ihm. But between these two. Aber zwischen diesen Sachen. I am never alone. Bin ich niemals alleine. Es ist der Leib Christi. Er ist der Kopf. Of a body. Und er hat einen Körper. Right? Und ich bin Teil dieses Leibes. So meine Offenbarungen. Die sind nicht nur für mich. Es muss sein. Der Heilige Geist ist in mir. Aber wenn es sagt, Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist nicht nur singular. Es bedeutet gemeinsam. Ich hoffe, ihr hört das. Es heißt gemeinsam. Wir sind der Leib Christi. Wenn Menschen uns sehen, dann sehen sie uns gemeinsam. Das heißt, es sollte eine gemeinsame Manifestation unter uns sein. Jesus sagte, wegen diesen Sachen werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr euch untereinander liebt. Amen? Das bedeutet gemeinsam. Also Offenbarungen. Da gibt es eine individuelle Offenbarung. Und da gibt es diese gemeinsamen Offenbarungen. Das ist der Grund, warum ich glaube, es sehr wichtig ist. Mit wem hat Gott euch zusammengeführt? Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach verstehen, mit wem, was ist die Zeit, mit wem wir jetzt zusammen sein sollen. Es kommt schneller, wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist. Entstanden? Ja? Hat er es beantwortet? Das ist alles. Das ist alles. Wenn du mit den Menschen zusammen bist, mit denen Gott dich zusammengeführt hat. Nicht Menschen. Er hat dich zusammengeführt mit diesen Menschen. Ich sage das, was ich jetzt sage, sehr oft. Du kannst mit vielen Gemeinschaften haben, wegen dem Blut Jesu. Okay? Du kannst wirklich mit vielen Christen, vielen anderen Christen. Das heißt, du kannst mit vielen Christen, die ich glaube, hier in der Stadt, wo du lebt. Es gibt in dieser Stadt viele andere Kirchen, viele andere Christen. Und du kannst quasi mit ihnen allen zusammen sein. Ja, du wirst bestimmt irgendeine Sache finden, wo ihr eins seid. Besonders heute. Besonders der gute Freitag. Also Karfreitag. Warte ganz kurz noch. Warte ganz kurz. Aber 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 Bauen kannst du nur mit denen, mit denen Gott dich zusammengeführt hat. Nur mit ihnen kannst du bauen. Du kannst mit vielen zusammen sein, aber nur mit einigen Bäumen, die Gott dich zusammenführt hat. Verstehen wir den Unterschied? Es gibt einen Unterschied. Es ist Gemeinschaft haben. Und dann zusammen bauen ist was ganz anderes. Big difference in the two. Es gibt einen großen Unterschied hier. She says that's a hammer. Okay. You understand this? Das ist eine Offenbarung. Verstehen wir das? So? I have this revelation right now. Okay, good. See? Yeah, good. It came quicker, it came faster. Hallelujah. It came schneller. Good question. Okay. Okay. Let's look at another verse here. Schauen wir uns einen anderen Vers hier an. 2. Korinther. 2. Korinther. Chapter 10. Verse 12 and 13. 2. Korinther 10. 2. Korinther 10. 12 and 13. 12 und 13. Das ist, was Paul hier schreibt. Okay. Go ahead. Here we go. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Okay. So I don't know if it says this in verse 12. Ich weiß nicht, ob das in Vers 12 folgendes sagt. It says we don't measure themselves by themselves or comparing themselves among themselves are not wise. Ja, es ist also nicht weise, wenn wir miteinander messen. Okay. Konkordieren, ja. Okay. So, wichtig ist erstmal, du musst wissen, wer du bist. Ganz wichtig, dass du weißt, deine Identität in Christus. Amen. Wenn du in Christus bist, ich bin ein Sohn des Vaters. Amen. Ich versuche nichts wieder zu bekommen. Also zu erreichen, er hat es vollbracht. Und jetzt gehe ich in seine Arbeit, die er vollbracht hat, rein. Und die Ruhe, am Sonntag, ist der Auferstehungstag. Das ganze Land feiert diesen Tag. Aber für uns ist jeder Tag ein Auferstehungstag. Wir haben es jeden Tag. Amen. Amen. So, es ist eine Offenbarung. Also, im Königreich, ist es ganz wichtig, dieses Verhaltensmuster, oder darauf zu schauen, welches Verhalten du hast, dich mit anderen zu vergleichen. Und ganz besonders, wenn es darum geht, wenn wir Gaben vergleichen. Oh, er ist ein guter, besserer Prediger. Oh, er kann besser sprechen. Aber sie ist ein besserer Koch, denn ich. Ich meine, wir leben in diesem Weltsystem, das immer uns selbst verhält, wer ist besser, wer ist höher, und wir vergleichen uns ständig mit anderen. Und wir schauen immer, wer ist niediger, wer ist höher. Versteht? Und Paulus sagt hier, wir machen genau das, machen wir nicht mehr. Wir messen uns mit keinen mehr. So, wichtig ist, dieses Verhalten einfach zu überschauen. Paulus sagt, es ist nicht weise, sowas zu tun. Es ist nicht weise, das zu machen. Und schau mal, was er im Vers 13 sagt. Er sagt, wir gehen nicht über unser Maß, aber wir bleiben in unserem, wo wir limitiert sind. Also in unseren Grenzen. Aber er sagt hier, Gott hat das auserwählt. In anderen Worten, diese Gaben, die er uns gegeben hat, wir haben sie nicht verdient. Gott hat sie uns gegeben. Es ist ein Geschenk. Einzige, was wir machen müssen, ist sagen, danke. Und wir wissen ungefähr, wo unsere Grenzen sind. Wir vergleichen uns nicht mit anderen. Aber wir wissen eins, es kommt von ihm. Ich habe mich in dieser Position nicht selber reingetan. Er hat das getan. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über das Königreich sprechen. Weil in der Welt, du bist da reingedrängt, ich will deine Position haben. Weil wenn du eine höhere Position hast, dann möchte ich diese Position haben. So arbeitet die Welt, ganz einfach. Also unsere Position, die ist nicht von uns selbst. Gott hat uns hier reingeführt. Also, das ist ein Verhalten, ein Benehmen. In der Königreich, wir müssen mit dieser Attitudine von Promotion. Warum kommt Promotion in der Königreich? Du verstehst das Wort Promotion? Ich weiß, was Promotion ist, aber ich sage es wieder, so ich kann es erklären. Wir müssen wissen, wie Promotion in der Königreich Aha. Also wichtig ist, dass wir verstehen, wie Beförderung im Königreich funktioniert. Also es heißt, dass einer plötzlich befördert wird und eine andere Position hat. Wie funktioniert das im Königreich? Ist Gott derjenige, der Beförderung bringt? Ja, das tut er. Er liebt es sogar. Aber wie er das bringt, ist ganz anders wie in dieser Welt zu stehen. Nicht aus Leistung, Adiane. Nicht aus doing, aber aus Liebe. Okay, das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Ja, was noch? Wie bringt Gott Beförderung? Out of love? What else? Out of faithfulness. Faithfulness. Oh, faithfulness. Aha. Very interesting thought. Treu. Faithfulness. Aus treu. What else? When I say yes. Okay. What do you mean when you say yes? Wait a minute. Was? Ah. When I give myself to him and I say yes. Okay. All right. It's a little, okay, I can spend some time on that. Kann ich Zeit verbringen, darüber zu reden? In other words, she is saying that out of a position that we learned things and God is promoting this because you learned something. Okay, you learned something. That's good. All right. When you don't, you're not ashamed to talk about him. Okay. All right. Somebody else? She said, wie gut wir Jesus kennen. There are different factors here. Different things. It's good. It's good. Okay. When we speak about position in the kingdom, okay, different levels. When we speak about position in the kingdom, the greater the position in the kingdom, the greater the preparation, the greater the preparation. The more fruits, the more cutting happens. So, most people miss it in what I call the season of preparation. Also die meisten Menschen verpassen gerade das, was ich gerade sage. Und das ist die Zeit der Vorbereitung. Also die Saison der Vorbereitung. Im weltlichen System Menschen wollen Positionen. Aber die meisten wollen nicht die Vorbereitung auf diese Positionen. Die schauen immer nach Shortcuts, also immer nach Abkürzungen. Also fokussiert bitte nicht die Position. Lass Gott lieber darauf fokussieren, oder dass er dich darauf fokussiert, die Vorbereitung. Auf die Zeit der Vorbereitung. Also Gott möchte definitiv Beförderung bringen. Er will das. Schauen wir uns mal Matthäus 20 an. Hier ist ein ganz gutes Beispiel. Also Matthäus 20, Vers 20. Jetzt schauen wir mal, wie eine Mutter für die Position ihrer Söhne schaut. Wir gehen einfach mal die Geschichte durch. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihrem, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Als sie zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn. Stopp at 24. Das reicht. Okay, das ist okay. Wir haben diese Versen gelesen. Aber anyway, was ich will, dass ihr hier seht, die Mutter kommt zu Jesus und so wie Mütter halt sind, die nimmt Jesus ein bisschen zur Seite und sagt, Jesus, ich habe zwei Söhne, wirst du sie in eine gute Position bringen. Sehen wir das? Okay. Das ist ein Mutterherz. Ich sage nicht, das ist falsch. Das ist einfach wie ein Mutterherz. Hey Gott, hey Gott. Mach mal Beförderung. Es ist einfach was damit zu tun, das hat was mit dem Fall zu tun. Es ist einfach mit dieser Natur, dass wir gefallene Menschen sind. Damit hat das zu tun. Ich möchte eine Position haben. Ich möchte eine Position haben. Und hör mal, was Jesus sagt. Er sagt, diese Position wird etwas kosten. Ich hoffe, ihr liest diese Geschichte. Er sagte nicht, es war nicht möglich. Er sagte, seid ihr wirklich bereit dafür? Das ist genau das, was er gefragt hat. Weißt du, was du fragst? So im Königreich. Also seid wirklich vorsichtig nach, was ihr sucht, was ihr hinterher lebt. Weil manchmal weißt du gar nicht, was du wirklich fragst. Also ich sage euch einfach nur, bitte sucht nicht Positionen. Das ist die gleiche Geschichte, wo er sagt, wenn du groß sein möchtest, sei der beste Diener. Ja, Amen. Christian, hier ist noch ein Platz. Okay. Also wenn ich Menschen sage, dann spreche ich über die Natur dieser Welt. Die Menschen schauen einfach automatisch nach einer herausragenden Position. Einfach etwas, was dahinter noch ist. Was Gott aber macht, er macht etwas innen drinnen, um sie vorzubereiten. Also ganz kurz eine persönliche Geschichte. Also Eileen und ich, wir sind über 50 Jahre verheiratet. Wir sind zu Jesus gekommen, 1978. Ich war 29 zu dem Zeitpunkt. Also ich bin eigentlich katholisch aufgewachsen. Aber ich habe nie die Bibel gelesen. Eileen war in einer protestantischen Kirche aufgewachsen. Wir haben uns in der Uni uns kennengelernt. Wir haben uns verliebt. Wir haben geheiratet. Wir hatten zwei Söhne. Und ich habe Jesus nicht gekannt. Nach einigen Jahren, ich war ein schrecklicher Vater, ein schrecklicher Ehemann. Und mein Leben brach zusammen. Und dann hatte ich eine Erfahrung mit Jesus. Also ich hatte eine radikale Erlösung. Eileen hatte im selben Jahr die gleiche Erfahrung, aber etwas später. Ihre Mutter hat mit ihr gebetet, dass er Jesus kennenlernen sollte. Aber als ich dann Jesus wirklich kennengelernt hatte, ich war so radikal erlöst. Das ist meine Geschichte. Und ich denke, ihre Mutter dachte jetzt, Eileen sagt noch, die ganze Hölle ist auseinandergebrochen. Und die haben gedacht, er wird verrückt. Wir sind im Heiligen Geist getauft worden. Wir sind sogar in eine neue Gemeinde gegangen. Oder Gemeinschaft gegangen. Komplett in eine andere Gemeinschaft. Und die Familie sagte, die werden verrückt. Jere Mutter hat sogar gedacht, wir sind in eine Sekte reingekommen. Ihre Großmutter sagte, das ist vom Teufel hier. Ich habe gesagt, Menschen beten in Zungen. Und ihre Großmutter sagte, Zungen, das ist vom Teufel. Und dann gab es eine ganz große Trennung in unserer Familie. Das ist 40 Jahre her schon. Also ich muss irgendwie kurz machen. Also als wir erlöst wurden, acht Jahre später ungefähr, dann kam die Mutter von Eileen und hat sich entschuldigt. Also sie sagt, ich hatte große Angst euch gegenüber oder hatte mir große Sorgen gemacht. Aber nach acht Jahren jetzt euer Leben gesehen. Ich sehe Frucht. Und das ist echt. So manchmal dauert es einfach, dass Menschen es sehen. Du kannst sie nicht ändern. Versuch es gar nicht, sie zu ändern. Lass Gott es zu ändern. Dein Part ist es nur, dass du zulässt, dass er seine Liebe durch dich stehe. Weil das Wort muss Fleisch werden. Also dass du es auslebst. Die Menschen müssen es sehen. Also sie sollen es sehen. Sie sehen das Leben, wie du lebst. Wie du sprichst. Wie du denkst. Deine Benehmen. Verhalten, wie du umgehst mit anderen. Und das ist Gott, der diese Änderung bringt. In 1983, jetzt war ich fünf Jahre, fünf Jahre lang war ich jetzt Chris und war ein Businessman. Und ich ging zu so einer Business-Gospel-Gemeinschaft. Ja. Es war damals sehr bekannt. Und es waren ungefähr 10.000 Menschen da, als ich da hingegangen bin. Und da hatte ich eine Erfahrung mit Gott. Also es war wirklich so, als würde ich seine Stimme in meinem Ohr hören. Also ich wusste einfach, Gott hat mich da gerufen, um ein Prediger oder ein Lehrer zu werden. Also ich habe wirklich keine Position gesucht. Das Einzige, was ich mache, ich bin Jesus nachgefolgt und bin mit ihm gegangen. Und dann, als ich nach Hause kam, Leute sagten mir, John, du solltest ein Pastor sein. Und Eileen hat mich angefangen zu fragen, hat Gott dir gesagt, dass du ein Pastor sein sollst? Also ich habe nie dieses Wort gehört, du sollst ein Pastor sein. Aber alle Freunde, die ich hatte und die ich kannte, und die haben alle gesagt, John, du solltest eine Kirche beginnen. So ich sagte zu Eileen, Eileen, wir sollten vielleicht auch eine Kirche haben. Und sie sagte, sie fragte mich, hat Gott dich wirklich gefragt, eine Kirche anzufangen? Er sagte nein, eigentlich nicht genau diese Worte, nein. Und dann vergingen einige Jahre. Und in der Stadt, das war ungefähr 50 Kilometer von da, wo wir lebten, wir haben da über eine andere Gemeinde gehört, dass es eine charismatische Bewegung hat, die stattgefunden hat. Ich bin einfach hingegangen, um meinen zu schauen. Und als ich den Mann begrüßt habe, und die Hand geschüttelte, und ich schaute in seine Augen, ich sagte, ich fühle irgendwie eine verbundene Halt. Und ich bin zurück zu Eileen gegangen. Ich glaube, wir sollten da hingehen. So sind wir angefangen, da hinzufahren. Also ungefähr 50 Kilometer entfernt. Eine andere Stadt. Aber ich lernte, dass Gott uns mit dieser Gruppe verbunden hat. Also irgendwie lernte ich, Gott hatte uns da mit dieser Gruppe verbunden. Verstehen wir das? Für uns war das eigentlich ein Opfer, das zu tun. Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben sollte, aber wie ich es heute weiß. Aber wir mussten das verlassen, wo wir waren. Und wir gingen dahin, wo Gott wollte, dass wir sein sollten. Und wir haben angefangen, dahin zu gehen. Wir saßen unter dem Wort. Und wir fingen an, kleine Sachen zu dienen, kleine Sachen zu machen. Aber ich hatte dieses Empfinden. Also eigentlich habe ich den Seniorenleiter da gefragt. Ich sagte zu ihm, ich glaube, Gott hat mich gebeten, aber du hast mich gebeten, damit ich zurück in meine Stadt und eine neue Kirche anfangen kann. Also eigentlich sagte ich zum Seniorenleiter, ich habe das Gefühl, dass Gott mich berufen hat. Kannst du mich trainieren, damit ich da hinten eine neue Kirche anfange? Das war ein Trainingcenter. Also er sagte, ja klar, komm John. Ich helfe dir. Und ich sagte, okay. Also als wir dann angefangen haben, dahin zu fahren, und in 1984 haben wir angefangen, dahin zu gehen. Und ich habe diesen Gedanken, ich werde jetzt ein bisschen trainiert werden, und dann werde ich wieder zu dieser Stadt gehen, wo wir lebten, und da werde ich eine Gemeinde beginnen. Das war über 40 Jahre her. Also über 40 Jahre her. Aber unsere Herzen waren bereit und rein. Ungefähr 38 Jahre her. Ungefähr 38 Jahre her. So die nächsten zehn Jahre, wir waren in der gleichen Gemeinde. Nur gedient. Einfach nur ein Diener. Wir waren nur Diener. Wir haben keine Position gesucht. Wir sind einfach nur unter dem Wort geblieben und haben geschaut, wie wir dienen konnten. Einfach nur dienen. Und die ganze Zeit, hat Gott in uns ein Werk getan. Also fing ich an, in Missionseinsätze zu gehen. Meine erste Reise war 1985. I went to the Dominican Republic one year. I went to Jamaica. I went to Yugoslavia, 1988. So 1988 sogar nach Yugoslavien gegangen. Yugoslavia. Yeah, okay. 1988. Okay. Ich habe andere Missionare kennengelernt. Die sind sogar zu uns gekommen, haben in unseren Häusern gewohnt. Und Eileen und ich haben mit ihnen gesprochen. Also ich habe niemals darüber gedacht, dass wir sogar Missionare sein werden, irgendwo auf dem Missionsfeld zu leben. Ich habe Gott da nicht noch gefragt. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt. Ich habe einfach keine Position gesucht. Wir haben einfach nur gedient, und wir sind nie dahin gegangen, haben da eine Kirche angefangen. Wir sind bis heute noch in der gleichen Gemeinde. In 1994. Wir hatten diese Einladung, um nach Osteuropa zu kommen. So, wir gingen zu unseren geistlichen Autoritäten und haben es ihnen vorgetragen. Die haben einfach nur gesagt, lass uns Gott fragen, was wir machen sollen. Und der Herr sprach zu mir. Er sagte, geh, Sohn, ich sende dich. Und ich ging zu unserer Leiterschaft da und sagte, die waren einverstanden damit, die haben Hände auf uns gelegt. Und 1995 sind Eileen und ich nach Slowakien gezogen. Drei Monate haben wir da gelebt. Und dann sind wir nach Polen gezogen. Ich kannte keinen in Polen. Ich habe kein Polnisch gesprochen, aber ich wusste, Gott sagte, geh da hin. Ich hatte null Ahnung, was wir da machen sollen. Es war einfach nur ein Schritt nach dem anderen. Wir hatten zwei Söhne. Der jüngste war nur zur Uni gegangen und der jüngste hat gerade angefangen. Also es war ein langer Weg, aber ich versuche, die Geschichte ganz kurz zu machen. Ich dachte, wir würden da so ungefähr ein Jahr leben. Wir haben über zehn Jahre gelebt. Irgendwann wurde ich sogar Direktor über zehn Länder. Also in Osteuropa bin ich dann zehn Länder bereist in dieser Zeit. Wir sind von Polen nach Tschechien, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Belarus. Über zehn Jahre. Wir haben wirklich nicht nach einer Position gesucht. Einfach nur Jesus gefolgt. 2006 sind wir zurück nach Amerika gezogen. 2005 ist Aileen mit ihrer Mutter reingezogen. Ihr Vater war zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und sie lebte dann mit ihrer Mutter erst mal. Wir sind beide mit ihrer Mama, wir haben da beide gelebt mit ihrer Mama. Wir sind aus Polen wieder zurückgezogen, nach Amerika. Und Aileen hat sich die nächsten Jahre um ihre Mutter gekümmert. Und ich bin dann zurückgekommen nach Polen, immer wieder, dieses Jahr. Weil Gott diese Sache in mir reingelegt hat, eine Erweckung durch eine Schule. Über zehn Jahre habe ich gewartet. Und 2018 ich war in Polen mit Reini, der schon mal hier war. Er sprach mit mir über Menschen zu trainieren und ein Trainingcenter. Und ich sagte zu ihm, ja, ich habe die Schule der Siebzig. Und er sagte, das ist es, lass uns das machen. Es war einfach Gottes Zeitpunkt. Und so haben wir in Polen die Schule der Siebzig begonnen. 2020 Wir haben uns kennengelernt 2021 in Polen. Und jetzt sind wir hier in Deutschland. Und nächste Woche haben wir die Schule der Siebzig in Deutschland. Wunderbar. Amen. Also, was ich eigentlich sage, such nicht eine Position. Sei einfach ein Diener. Lass Gott dein Verhalten verändern. Sei einfach treu, wo du bist. Und lass es zu, dass er der ist, der die Beförderung bringt. Du hast einen Kommentar? Wollen Sie etwas sagen? Gott. Gott hat einen Plan. Amen. His whole life. Amen. Our whole life. So, about 60 years ago, I had a youth friend. Uh-huh. They had a lot of children. Translate. Yeah. Summarize? Yeah, I will summarize. Okay. Just let him go. Okay. Zu dir? Dich als Pastor bezeichne? Ja. Eine Jugendfreundin vor 60 Jahren? Okay. Es ist so hell. Sie sind. Aha. Das Psalm nicht kennen wir. Wir haben alles. Okay. So, he just set a testimony of, it's over 60 years ago. Yeah. A youth friend, who he met again. And then, so, she met the Lord after 60 years and called him Pastor. Really? Pastor, come back. Come back. After 60 years. After 60 years, yeah. Wow. Praise God. Wonderful. Okay. Let's take a break. Okay, wir machen jetzt eine kleine Pause. Yeah. And then, how long is the break? 15 minutes? Yeah. Okay. Then we'll come back. I would say, 20, 10. Yeah. Until, come back at 8 o'clock? 8 o'clock. Well, no, no, 20, 10. You choose. Yeah. Okay, let's come back. Wir kommen 8 Uhr. Hör zu. 8.10 Uhr sind wir wieder hier dran. 8.10 Uhr. Heute. Ach so. 20.10 Uhr. 20.00 Uhr break. 8.10 Uhr p.m. 20.10 Uhr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020